...willenlos meinen Worten lauschen? Wir halten uns gar nicht lange auf. Los geht's mit unserem ersten Song. Wenn ihr eine Jam-Session spielt, könnt ihr auch den Gesangspart übernehmen. Wählt einfach den Melodie-Part aus und dann, ob ihr singen wollt oder nicht. Wenn ihr Singen-Üben im Singen-Menü wählt, könnt ihr eure Gesangskünste verfeinern. Ah, ich hätte gerne eine Wunderlampe, die mir einen Wunsch erfüllt. So wie diesem Aladin. Obwohl ein Wunsch reicht bestimmt nicht. Als erstes würde ich mir natürlich Geld wünschen. Ein paar neue Klamotten könnte ich auch gebrauchen. Ach ja, ein Urlaub in der Südsee, ein Leben lang pizza-freier Haus. I wish I had a magic lamp like Aladdin, so I could have a wish granted. But one wish just isn't enough. I mean, of course I wish for money first. But I also don't like how my ears look. And I wish I had somewhere to go on holiday. The word piano means a gentle sound. The original name was... Yeah, I'll stick with piano. It's awfully nippy lately, isn't it? I've got an all-season look, so I try not to go out in the winter. Well, I can't afford the gas anymore, so hopefully this tropical music will warm me up. This is Barbara, working overtime again on the download top ten. I've always got the latest information here for you. Let's start with today's top ten downloads. Let's start with me. It's finally summer. Time to hit the beach. By the way, did you know sound travels faster through water than through air? That doesn't speed up the beat of the music, though. I kind of expected something to happen during the millennium. So I spent all my money in 1999. Imagine my embarrassment when the world didn't end. You know what I mean? You know what I mean? You know what I mean by the story of a month. I mean by the way, you know what you mean by the time you've written. You know what I mean by the time you've written. Ihre Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Nintendo Wi-Fi Connection te sってる? 簡単,安心,無料で ゲームが楽しめる Wiiと Nintendo DSの Internet Service noことよ. Wi-Fi mitつなげれば もっとバンブラが楽しくなるわよ. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. This is a good time of year for traditional Japanese blossom viewing. Get out with your friends and enjoy some Japanese food and drink. And when you do, play this song. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Gosenfuh wa yomeない, Ich weiß, ich muss gut sein, dass ich mich einfach 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 mal eine gute Idee finde, wie du es zu bekommen hast. Das ist auch für die Gitarre. Das ist das Wettungs und die Gitarre ist, das Wettungs-Busik-Busik-Busik-Busik-Busik. Zumalte Musik ist ein Wettungs-Busik-Busik-Busik-Busik-Busik-Busik-Busik. Ich kann mich zuerstellen, wenn ich das Wettungs-Busik-Busik-Busik-Busik-Busik-Busik-Busik-Busik. Ja, wie? Sohn Okinawa, nicht? Ich will mal einen großen Preis der blow-Abkommen abentesamerischen Art. Aha. Ja, du wisstest, du kacktel party? Wenn du das so toll bist, kann ich sehr interesser um die Zache Ich möchte eine magische Lampen wie Wassaladino kaufen, aber einem nur dixen ich würde nicht so gut sein. First of all, I'd like to have money, then different ears, then clothes, then a lot of婚ers, and then a lot of... Well, there aren't any special messages from me past this hour. Listen to this, and go to sleep. You don't believe in ghosts and UFOs and stuff, do you? Ah, kids, you're so full of crazy dreams and fantasies. Wait, what's that behind you? Wisst ihr, was Piano bedeutet? Das ist Italienisch für leise. Die volle Bezeichnung ist... Klavichembalo col piano e forte. Angeblich. Ich bleib lieber bei Piano. Jazz ist definitly the music for classy adults. It's originally a blend of western and african music that originated about a hundred years ago. See, I know my stuff. That's because I'm a classy adult. Oshare na otona no ongaku to iえば, jazu yo ne. Jazu wa seiyou no ongaku to african no ongaku ga kumi awasatte umareta ongaku nandatte. Oshare na otona no ongaku? Eeeh. You know, you're so old. I'm a scientist. I'm a giant. Are you still up? You must have a lot of free time. Or maybe too many catnaps. Well, there aren't any special messages from me past this hour. Listen to this, and go to sleep. Nintendo Wi-Fi Connection Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es ist Zeit für alle Kinder, um zu beden. Wenn ihr keine Probleme habt, habt ihr keine Entschuldigung, um zu schlafen zu können. Hier, hör auf das. Es wird dir direkt zu schlafen. Aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Jazz ist definitiv die Musik für klassie Adults. Es ist eigentlich eine Bühne von Westin und Afrika Musik, die vor 100 Jahren begann. Siehst du, ich weiß meine Sachen. Das ist weil ich ein klassie Adult. Ich wünsche mir eine Magik Lampere, wie die Aladino, für ein Wunscher. Aber nur nur ist sehr wenig. Weil, klar, ich würde ein montón von Geld, aber ich mag auch nicht die Größe von meinen Augen. Und ich würde auch einen großen Asiento haben. War das nicht so lustig? Das ist es für die Download Top 10 heute. Aber ich bekomme immer neue Informationen, also zurück. Bis zum nächsten Mal. Sag mal, habt ihr euch echt die ganzen Download-Hits angehört? So viel Freizeit möchte ich auch mal haben. Aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Ich bin Barbara, und hier ist heute's Top 10 Downloads. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder?